Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um folgende Frage. Lassen sich die Werke von PhilosophInnen aus ihren Biografien verstehen? In dieser Frage müssen wir differenzieren. Die erste Antwort lautet Nein und richtet sich gegen einen biografischen Reduktionismus. Um euch das zu erklären, ist erst der Begriff Reduktionismus zu erklären. Etwas scheinbar erklären, indem man es so auf seine Bedingungen zurückführt, das kommt vom lateinischen Reducere, dass nur noch diese Bedingungen gesehen werden. Beispiel wäre ein Phänomen wie die Liebe, das Gefühl Liebe, zu reduzieren, zurückzuführen auf Hormone und Gehirnaktivitäten. Dann hätte man das Phänomen gewissermaßen weg erklärt, indem man es zurückführt auf seine physiologischen Bedingungen. Am Phänomen selbst wäre dann eigentlich nichts mehr außer diesen Bedingungen wichtig. Und entsprechend läuft das beim biografischen Reduktionismus. Beispiel Arthur Schopenhauers Philosophie stellte das Leiden aller Lebewesen in den Mittelpunkt. Ja, Schopenhauer war halt Pessimist und ein misogyner Einzelgänger. Judith Butlers Gender-Theorie kritisierte Binarität und Heteronormativität. Ja, Butler konnte sich eben nicht im binären Mainstream verorten. Die Geltung von Thesen, also dass sie wahr sein sollen, wird dadurch bestritten oder man könnte auch sagen gestützt, je nachdem, dass ihre Genese, also ihre Entstehungsbedingungen aus biografischen Umständen erklärt wird und dabei reduziert wird. Das lehne ich ab und sage, ein naiver biografischer Reduktionismus ist offensichtlich falsch. Wir können nicht die Geltung von Philosophien einfach reduzieren, auf wie sie entstanden sind, in welchem Leben von den PhilosophInnen. Aber diese Frage, lassen sich die Werke von PhilosophInnen aus ihren Biografien verstehen, kann man auch bejahen? Und da plädiere ich für ein Verständnis von Philosophie als Selbstartikulation. Was damit gemeint ist, wird gleich noch deutlicher. Man könnte nämlich auch umgekehrt sagen, musste es nicht erst DenkerInnen mit ganz spezifischen Erfahrungshintergründen geben, damit bestimmte neue Gedanken überhaupt gedacht werden konnten. Wenn DenkerInnen von den jeweiligen zeitgenössischen philosophischen Diskurs, also in dem sie aufgewachsen sind, in dem sie PhilosophInnen geworden sind, wenn sie diesen Diskurs als ungenügend oder gar als restriktiv empfinden, weil er für ihren eigenen individuellen Erfahrungshintergrund keine Sprache bereithält, keine Begrifflichkeit zur Artikulation, wenn sie das vorfinden, dann kann diese Situation einer aufgezwungenen Sprachlosigkeit zu philosophischen Anstrengungen führen, von denen man später sagen wird, dass sie einen Fortschritt im Denken darstellen. Und diesen Fortschritt müssen wir uns zumindest immer auch so vorstellen, als ein Sich-Aussagen von DenkerInnen, zu dem sie allererst neue Begriffe und neue Konzepte entwickeln müssen. Das meine ich mit Philosophie als Selbstartikulation. Die Sprachnot eines Diskurses, der keine Begrifflichkeit bereithält, damit ich mich selbst mit meinen Erfahrungen artikulieren kann, ist der Hintergrund. Und die enormen Anstrengungen werden dann gemacht, um eine eigene Sprache zu entwickeln. Und das ist ein Fortschritt in der Philosophie und im Denken. Das Fazit daraus würde lauten, philosophische Werke sind gültige, wahre, neue Antworten auf bestimmte allgemeine, letztlich von uns allen nachvollziehbare Fragen, also universell gültig, aber diese Fragen mussten von lebendigen Menschen zunächst am eigenen Leibe erfahren und erlitten werden. An den Beispielen Schopenhauer und Butler. Schopenhauer konnte sich im Begriffen der kantischen Ethik nicht selbst artikulieren. Er konnte bestimmte Einsichten darin nicht formulieren, sondern er musste den ethischen Diskurs, um damals eher gewagte und neue Begriffe, wie zum Beispiel Leiden oder Mitleiden, erweitern. Und Judith Butler konnte sich in Begriffen des frühen Feminismus, etwa jenen Simone de Beauvoirs, nicht selbst artikulieren, konnte bestimmte Einsichten nicht formulieren, sondern sie musste Phänomene wie Binarität oder Heteronormativität beschreiben und dazu bestimmte Begriffe wählen. Damit komme ich zur Take-Home-Message. Lassen sich die Werke von PhilosophInnen aus ihren Biografien verstehen? Nein, das geht nicht, denn die Geltung einer Philosophie, also ihre neue Erklärungskraft, lässt sich nicht einfach auf ihre Genese reduzieren, so als gelte sie nur für den Autor oder die Autorin. Andererseits, ja, das geht, denn es muss zuerst Denkerinnen mit ganz spezifischen Erfahrungshintergründen geben, damit bestimmte neue Gedanken überhaupt gedacht werden konnten. In dieser Frage müssen wir also differenzieren zwischen der Geltung einer Philosophie, ihrem Wahrheitsanspruch und ihrer Fragestellung. Die Fragestellungen vieler Philosophien lassen sich sehr wohl biografisch verstehen, doch ihr Geltungsanspruch ist universal und beschränkt sich nicht auf den Autor oder die Autorin. Lassen sich die Werke von PhilosophInnen aus ihren Biografien verstehen? Ich habe euch zeigen wollen, inwiefern wir in dieser Frage unbedingt differenzieren müssen und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.